Willkommen zurück zu Earthworld Apes Exiters! Zulag 1 und 3 haben wir bewältigt. Das hier müsste Zulag 2 sein. Seltsame Reihenfolge, dafür konnte ich nix. Willkommen in Zulag 2. Bitte genießen Sie Ihren Aufenthalt. Oh, das war's schon. Sehr schön. Das ist doch mal ein Zulag, ganz nach meinem Geschmack. Na gut. Ah, hier kommt, glaube ich, die neue Erkenntnis. War das so? Oh ne, das war einfach nur ein scheißhartes Secret. Also, das ist kein Secret, aber... Oh Mann. Das war kompliziert. Scheiße. Wie mache ich das denn? Okay, seid ja nur ihr zwei. Erstmal nochmal genau umgucken. Eine Tür und Minen. Ich weiß, was in der Tür ist. Ich zeig's euch, damit ihr ein bisschen wisst, was es hier zu tun gibt. Hier ist D'Ahoro. Ihr seht's, hier sind drei Mudakens. Aber ein fliegender Sleek. Das heißt, wir können da gar nix erreichen. Gehen wir erstmal den Weg weiter. Boah. Nein. Verdammt, das war mein Fehler. Aber das Boah galt nicht diesem Minen, sondern eher... Oh, was ich mich daran erinnere. Das war vielleicht ein Zulag, hey. Meine Herren. Glaubt mir. Das war dein Spaß. Jetzt macht dieses blöde... Bomben da. So. Den Weg müssen wir komplett freiräumen. Das weiß ich noch. Boah, aber wie genau hier was abging. So, jetzt kommt zwei fliegende Sleeks. Den ganzen Weg wieder zurück. Ja, kannst schon mal ein paar Minen treffen. Ist nicht schlecht. So, und jetzt kann ich euch übernehmen. Ihr Intelligenzbestien. Erstmal den Kollegen töten. Erstmal die Minen. Die müssen weg. Nein, 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 nein. Ich krieg dich. Jetzt sind beide kaputt. Scheiße. Also, gucken wir mal. Irgendwie können wir die nochmal rufen. Glaub ich zumindest. Deswegen mach ich lieber kein Quicksave. Äh, damit mit dem Hebel, ne? Nein? Ich brauch aber noch welche. Sonst geht's nicht. Mit dem da. Äh, verfolg mich mal. Soll ich mich verfolgen. Komm her. Oh, da ist sie schon. Hallo. Wir brauchen... Wow. Da ist auch diese Mine-Geschichte. Komm mal her. Oh, nee. Komm zurück. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Komm zurück jetzt. So. Schön. Übrigens, was ich sehr cool finde, sind diese alten Dinger von Raptor Farms. Da gibt's zum Beispiel hier Paramite-Pasteten. Dieses Plakat. Und auch mit Graffiti dran und so. Das find ich schön gemacht. So, jetzt hab ich dich. Endlich können wir weitermachen. Erstmal die Minen weg. Krieg ich alle treibend einmal? Jawohl. Jetzt hab ich schon wieder den Sleeve getötet. So eine kleine Explosion hält man doch stand. Okay, jetzt können wir hier wenigstens halbwegs lebendig langjumpen. Da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Sehr schön. Ihr habt ja auch gesehen, dass der Vogelkreis ganz rechts ist. Nämlich genau hier. Jetzt guck ich mal, wie's weitergeht. Ausgang Zulag 2 ohne Rückkehr. Also wenn wir das Spiel rushen würden wollen, dann könnten wir jetzt rausgehen und Zulock für Zulock, aber die paar Mudakens da wollen wir noch retten. Ach, folgst du mir? Sieht nicht so aus. Komm her! Was ist denn du hier, Herr Junge? Du wirst wohl gemeint sein. Jetzt Beeilung, bevor er wieder abhaut. Ihr seid doch alles Opfer. Dann hat es nicht mehr gereicht. Okay, rechts ist nichts mehr. Jetzt will ich erstmal da unten nachgucken. Oh, nee! Dass sie auch so leicht versterben müssen. Gib mir den Nächsten her. Mann. Das ärgert mich. Komm jetzt, verfolg mich, Mann. Vielleicht kriegen wir es auch so hin. Ja, ich weiß jetzt nicht, von wo der kommt. Wo bist du denn? Äh, wo bist du denn? Hi. Na, dann können wir auch den Rest wieder zurückgehen. Komm. Komm schon! Diesmal bist du ein bisschen intelligenter als deine Vorgänger. Bitte. Hi. 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 Ähm, tatsächlich. Ist hier sonst nichts? Da hinten steht auch New and Tasty. Neu und schmackig. Alles aus dem Opening von Earthworld 1. Jetzt ist aber gut. Gut. Mal gucken, ob da oben was... Oh, ja, das ist noch einer. Hey. Was bringt das denn? Wir haben den Darkens befreit. Was ist das hier für ein Trakt? Und was bringt das jetzt? Ich glaube, die Sleeks kommen, oder? Ich wollte... Ach, ich bin das! Hä? Ich dachte, ich bin... Er hat sich selbst zerstört. Ich wollte die ganz weit... Okay. Aber da war doch noch einer, oder? Tschüss. Also, die Darkens dürften jetzt unten sein. Und jetzt rechts kommen wir in diesen Raum, wo wir vorhin waren. Fast schon gut, aber ich glaube, den Hebel da oben kann man nur betätigen. Da haben wir euch beiden. Das ist gut. Das ist auch in Ordnung. Ihr seid so gut wie gerettet. Aber jetzt muss ich hier nochmal gucken. Nach denen. Da können wir nicht hoch. Da können wir fliegendes Leaks hoch. Da kriegt man doch echt so viel. Wir müssen noch einen holen. Aber dann haben wir das geschafft, Leute. Lol. Ihr könnt schon mal mitkommen. Wie wär's? Wir alle. Hi. Was ist denn so schlecht drauf? Okay. An die Arbeit. Nein. Nein. Okay. 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 Jetzt aber ab dafür. Ich bringe euch in die Freiheit, ihr beiden Schnarschnasen. Wer war das nicht schon hier? Okay. Dann würde ich sagen, ab dafür. Bis dann. Tja. Ich brauche noch einen von euch. Vielleicht geht das. Oh, fast. Was macht er ganz nach links? Wo ist er denn? Der ist schon ganz links. Was ist ein Held? Jetzt komm aber her, du. Und da wären wir fast schon wieder abgehauen. Okay. Ab durch den Tunnel, Trakt. Können auch hier lang eigentlich, ne? Ach nee, da ist die Tür zu. Gut. Ich meine, nicht gut. Aber ist halt so. Au. 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 Ja. Tut weh. Tut mir leid. Dummheit muss wehtun. Äh. Und alles nur, um das hier aufzumachen. So. Und tschüss. Dann muss ich nur noch hier hingehen. Die drei retten. Und dann kann ich den Zulag endlich verlassen. Leute. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Die 99 bei Apes odyssey. Und auch nicht die 300 bei Exodus. Nur per Cheats. Mit dem ich immer dieselben Hotarkens wieder gerettet habe. Aber... Ich verzichte auf jegliche Cheats. Es gibt gar nicht so viele. Es gibt die Level-Wahl. Es gibt die Video-Wahl. Und es gibt, ähm... ...und Besiegbarkeit. Und sonst nichts Tolles. Sind in Zulag vier. Wie viele veralberte Hotarkens würden einem folgen? Alle. Bis du sie heftig ohrfeigst. Wo stecken alle Hotarkens? Wie komm ich hier raus? Weiter suchen du, Dussel. Die Antwort liegt genau vor dir. Mit freundlichen Öl-Unterstützung von Salz und Brauerei. Zum Reihern lecker. War das nicht hier, wo man etwas herausfindet? Achtung, Laskar. Laskars, ja. Ein Brunnen außer Betrieb? Was ist da kaputt? Oh je. Oh mein. Kreeter und Lachgas. Das wird ein Lachgas-Abteil. Und die Kreeter freuen sich natürlich über Lachgas. Oh man. Die machen doch alle sofort kaputt. Der Vogelkreis ist auch noch in der Mitte. Das geht doch niemals. Ach, ihr regt euch erstmal ab. Wenn ich das aktiviere, kommt ein Sleek. Aber der Hebel ist doch... Der Hebel. Da können wir uns hinschleichen. Okay, das hört sich an wie ein... Um seid ihr noch zu retten? Boah. Okay, das sieht nicht sehr schön aus hier. Scheiße. Was auf, was habe ich mich da eingelassen? Oh, ich habe einen Quick-Safe gemacht, man. Eins zum anderen. Ich will erstmal den einen Hebel betätigen. Erstmal dich. Ach nee, da wird der auch zu... Grillen die den dann? Scheiße. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Dann tue ich jetzt mit dem Hebel... Der rechts ist betätigen. Oh man ey. Scheiße. Mann. Das sind aber auch komische Scheißviecher. Kreeter. Geduld. Mit unserer Aggression kommen wir nicht ans Ziel. Ich sterbe. Irgendwie bin ich gerade nicht in der Lage irgendwie... ...mich mit Kreetern zu messen. Okay. Wir sollten zumindest das Quick-Safe ein bisschen... ...besser setzen. Ein bisschen benutzen. Also solange wir stillstehen, passiert uns nichts. Auch die, die es nicht von früher kennen, sollten es nun wissen. An ausreichend Demonstrationen wurde gedacht. Scheiß. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ja, ja, Junge. Kinders. Das macht auch nach Gas. Na toll. Ich werde mal die Kreeter... ...den Sleek holen... ...und die Kreeter abknallen. Tja. Und weiter geht's im nächsten Part also, Leute. Bis dann und ciao. Ja. Ja. Ja.